Es geschah in den frühen Morgenstunden schon wieder ein Toter auf der Todesstrecke B83 bei Gronde. Heute Morgen um 8.30 Uhr wurde die Polizei informiert, dass sich zwischen den Ortschaften Helen und Gronde auf der B83 ein schwerer Verkehrsunfall ereignet hatte. Eine Person soll eingeklemmt im Fahrzeug sitzen. Wir sind dann daraufhin sofort zur Unfallstelle geeilt und haben festgestellt, dass ein 55-jähriger Autofahrer in seinem Mercedes eingeklemmt war und zuvor gegen einen Baum gepreilt war. Ja, die Ursache ist bislang unbekannt. Der Autofahrer ist an der Unfallstelle verstorben an seinen schweren Verletzungen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017